Wie sollen wir wissen, ob wir ihm trauen können? Der hat eine rechtlose Zunge für einen frischen Rekruten. Zusammen mit meinen Freunden werde ich die Weltmeisterschaft gewinnen. Ich bin Tsubasa! Die Welt gerettet hat. Inzwischen sind sieben Jahre seit der Nemesis-Krise vergangen. Wenn ihr euch mit den Wings anlegt, meine Herren, bekommt ihr es auch mit den Spezialisten zu tun? Spiel nicht Spaß? Irgendetwas stimmt hier nicht, Steve. Ja, zumindest hätten wir inzwischen wenigstens mal poppen müssen. Toshi, das ist eigentlich ein Raketenwettbewerb. You say, du hast es also tatsächlich nach New Domino City geschaffen. Also was führt dich her? Ich will meinen Sternstaubdrachen zurück. Du meinst dieses alte Ding hier? Wirbel doch nicht so viel Staub auf. Das ist ja widerlich! Der Governor hielt es für das Beste, wenn er und Rick unter vier Augen reden. Wer bist du? Milton Mehmet. Na toll. Er bringt seinen Butler mit. Gut, dass ihr hier seid, junger Prinz. Ihr müsst von der Luft aus Ausschau halten auf Wehrmachts. Habt ihr gehört, was ich sagte? Die Raben, Lord Bartimus. Ich lasse sie losschicken. Ruft, Herr Stefan. Ich erwarte die Königsgarde auf dem Drachenberg. Komm mit mir. Ich zeige dir, was wahre Loyalität ist. Ich zeige dir, was auch sehr gut ist. Hey, danke.